Die Pfanne geht nach oben, die Boxen gehen auf, wie das Achwas-Rennen über 1550 Meter. Das Feld formiert sich. Augenblick auch für mich nur auf dem Monitor einzusehen. Da könnte vorne sein Mississippi ganz innen. Dann geht's außen weiter mit Halona. Dann voll schließlich Serradora. Das ist die vorderen Kandidaten. Jetzt geht Andiamo aus nach vorn vor Honey Pie. Dann Serradora, dann Mississippi innen. Und ganz hinten erkennt man die Farben von Inflames. Das Feld Mitte gegenüber, mit der Führung von Andiamo, weist den Weg vor Honey Pie, dann Mississippi, Serradora. Dann sieht man Leonardo, dann Halona, dann Myanmar und klar zurückfolgt hier Inflames. Das Feld unterwegs bereits im Wideritzer Bogen mit dem Kommando von Andiamo, führt mit knapp zwei Längen Vorteil vor Honey Pie. Weiter geht's mit Mississippi vor Serradora, dann Myanmar. Die nächsten sind dann Leonardo und schließlich Halona, letzte des Feldes. Und klar zurück dann die Gastute aus Tschechien. Das ist die Programm Nummer 7 in Inflames. Das Feld kurz vor reichen der Geraden. Mit Vorteil von Andiamo vor außen Honey Pie. Dann geht's mit Mississippi innen weiter vor Serradora. Und außen Mira Mara. Jetzt noch bis zur Linie 300 Meter. Mit dem Kommando von Andiamo. In kommt der Angriff von Serradora. Mit dabei Honey Pie, war vorne der Zweikampf. Dankeschön. Noch bis zum Pfosten, 100 Meter reichlich. Bis zum Ziel. Vorne Andiamo, wehrt sich erfolgreich. Andiamo, dann geht's innen weiter Serradora. Honey Pie kommt nochmal wieder. Aber der Sieg geht hier nach Hannover. Der Sieger heißt Andiamo vor Honey Pie. Dann schließlich folgt wahrscheinlich innen Serradora. Serradora knapp vor Halona. Honey Pie ist 3. Vielen Dank. Andiamo, hinkommt der Angriff von Serradora, mit dabei Hannipay, war vorn der Zweikampf, dankeschön. Noch bis zum Pfosten, 100 Meter reichlich, bis zum Ziel, vorn Andiamo, wehrt sich erfolgreich, Andiamo, dann geht's in, wenn der Serradora Hannipay kommt nochmal wieder, aber der Sieg geht hier nach Hannover, der Sieger heißt Andiamo vor Hannipay, dann schließlich folgt wahrscheinlich in, Serradora knapp vor Alona. Andiamo.